Ich bin hier übrigens gerade in einer Miseum Videospielmesse, ich guck mal ob ich hier etwas finde, vielleicht. Was sehr lustig ist, deswegen kommen wir heute noch mal bis um hier in dieser geilen Messe, in dieser Miseummesse. Ich bin jetzt nicht in der Gamescom, aber ich bin jetzt hier in einer Gamescom abgespeckten Version, aber ist egal. Ich habe die Trommel, da kann man auch einfach draufkloppen, ist echt cool gemacht irgendwie. Ich habe hier gerade ein Spiel angefangen, nämlich Donkey Kong Country, mit Trommeln, das hat mir cool gemacht irgendwie. Ich muss darauf trommeln, also auf den Trommel halt hier, echt cool gemacht auf jeden Fall. Hier ist übrigens das Mario-Film letztlich Gamespiel, der ist richtig cool auf jeden Fall. Wie man merkt, ist es oder ist es Game Boy? Ja, ich glaube, ich versuch's besser nicht, was Wissenswatch ist, für mich jedenfalls. Und hier merkt man, und hier merkt man, ob es ein... Als die Geißlein sahen, dass es weiß war, glaubten sie, es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Tür auf. Also, ich glaube, ich bin ja. Also, ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020